Moin Dottel, herzlich willkommen zurück zum Minecraft Story Mode. Wir befinden uns mittlerweile beim dritten Part von Episode 4, sind gerade in Ivor's Geheimversteck und er hat hier scheinbar den Kampf gegen den Enderdrachen nachgestellt. Wir werden jetzt nochmal ganz kurz hier mit Soren reden. Ah ne, wir gucken uns hier den Banner an. Da können wir... Knopf, wollen wir den einfach mal drücken? Hm, interessant. Okay. Kurz mal mit Soren reden. Soren, tell me the story again. Certainly. We'd spent weeks preparing for our greatest battle. Sorry, maybe the short version of the time. Well, alright. I destroyed one crystal with my bow, the next using a TNT shockwave, the third with Eligard's redstone cannon, the fourth from upon the dragon itself. And then Gabriel poked it dead with a sword. How was that? That's better. Thanks. Ah, okidoki. Warte mal, dann können wir nochmal... Ach, den Knopf können wir jetzt nicht nochmal drücken. Weil wir... Das ist jetzt wieder sicherlich nach dem... Weil hier, das ist das Schwert. Den müssen wir als letztes wahrscheinlich aktivieren, den Knopf. Deswegen aber das TNT. Was ist hier mit dem Redstone? Das Redstone steht wahrscheinlich für Eligard. Warte mal. Dann muss ich jetzt, glaube ich, alle erstmal drücken. Resetten die sich? Ach, wir können auch mit Ruben reden. Aber der hat wahrscheinlich jetzt gerade nichts zu sagen. Komm, wir reden aber trotzdem mit dem kleinen Schlawida. Komm her, du alter Verrückter. Nein, ich möchte das nicht drücken. Jetzt... Wie buggy ist das denn? Toll, dann drücken wir das mal schnell. Und ganz am Ende kam dann ja hier... Der Schwertschlag. Naja, genau. Das liegt aber daran, dass wir die eben in einer bestimmten Reihenfolge drücken müssen. Als erstes kam, glaube ich, hier... Der Bogenschuss. Dann kam das TNT. So. Okidoki. Dann kam hier vorne... Ähm... Hier, Eligard, die da noch mitgewirkt hat. Und dann müssen wir nur noch den Schwertschlag von Gabriel. Perfekt. Okay, jetzt möchte ich aber mit Ruben reden. Na, komm her. Reden mit. Oh. Oh, Mensch. Können wir da jetzt nicht irgendwie rangehen? Wir sehen ihn nicht mal. Reden wir nochmal mit Soren. Soren, tell me the story again. Certainly. We'd spent weeks preparing for our greatest battle. Sorry, maybe the short version... Haben wir doch schon gehört. Well... Alright. I destroyed one crystal with my bow. The next using a TNT shockwave. The third with Eligards redstone cannon. The fourth from upon the dragon itself. And then Gabriel poked it dead with a sword. How was that? Better. Thanks. Vielleicht jetzt nochmal die wahre Geschichte? Weil weshalb ist da... Ich meine, die erste Tür ist aufgegangen. Was passiert denn? Hier kommen wir... Letztlich nicht längs. Können uns die ganzen Banner nochmal angucken. Wir können aber nicht mehr die Knöpfe drücken. Das ist auf jeden Fall strange. Wir können die Sachen jetzt hier nicht mehr drücken. Aber was sollen wir denn noch großartig hier machen? Das ist jetzt natürlich ein bisschen... Ein bisschen knifflig. Was sollen wir hier tun? Wir haben hier nichts mehr zu tun. Da oben. Enderdrache. Verwenden. Hey, Ruben. Give me a boost, will you? Ach, krass. Das habe ich die ganze Zeit überhaupt nicht gesehen. Ah, einen Hebel verwenden. Aha. Perfekt. Warum sind sie hier? Moment mal. Wie habt ihr den Enderdrachen getötet? Ich will die Wahrheit wissen. Ich will die Wahrheit, und ich will sie jetzt. Ich kann nicht. Wir haben uns nie zu sagen, dass es nicht zu sprechen. Ich bin nicht. Ich bin nicht. Ich bin nicht. Ich bin nicht ehrlich. Ich bin ehrlich mit dir, Jesse. Wir haben uns die Enderdrachen getötetet. Aber es war nicht genau wie ich sagte. Wie nicht genau? Wir haben es ausgesucht. Was habt ihr mit ihm gemacht? Was habt ihr mit ihm gemacht? Wir haben uns nicht gemacht? Wir haben uns nicht getan. Wir haben uns das verdammt block von Kammandblock. Wir haben den Kammandblock gebetetetet. Ender-Dragon? Ich bin Angst, so. Entschuldigung, wenn ich diesen Block blöcke habe, wir waren niemanden. Aber mit seiner Hilfe, wir wurden stärker, schneller und schneller. Wir konnten so viel mehr machen. Die anderen haben keine Ahnung, was ich zu tun. Doch die mehr ich es benutze, die mehr wir uns aufzuhalten haben. Ich wusste, dass es so lange dauern, bevor jemand herausfinden würde. So, ich habe ein Plan. Ich benutze den Blocken, um den Ender-Dragon zu blinken, aus der Existenz. Aber warum? Und das Rest ist Geschichte. Warum würdest du das tun? Du schiefst, sogar mit deinem Lieben. Alles, was ich sagen kann, ist... Ich war ein Verrug. Also, du hast es endlich begonnen. Sorin, wie könnte du... Eivor? Ja. Wie lange habt ihr da stehen? Lange genug, dass sie die ganze Sache hörten. Du schiefst. 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 Die Wahrheit schiefst, oder? Aber Eivor? Warum? Ist das warum du schiefst? Weil Sorin schiefst? Weil. Weil sie alle gemacht haben. Sorin, Gabriel, Magnus, Eligard. Sie versuchten, um das ein Geheimnis zu halten. Und du? Du versuchten, um zu bleiben, auch zu bleiben. In exchange für alle unsere Geheimnisse. Ich habe technisch niemals gesagt, jemandem. Jesse herausfordert die Wahrheit selbst. Also, diese Sache, diese Wither, die du schiefst, hat alles getan 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 getan? Um die Welt ein Geheimnis zu zeigen. Um euch zu zeigen, wer die Orte wirklich sind. Lieger. 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 Und jetzt? Sie wissen. Aber was ist da besser? Ich glaube, sie wissen. Und wie ist das denn noch besser? Hast du ihre Lieger gezeigt, die Kosten der Welt selbst? Schau. Mein Wither-Plan hat sicherlich zurückgezogen. Du denkst? Ich wusste nicht, dass wir drei von diesen Dingen enden, die die Welt entfernen. Okay, wir müssen sie aufhalten, Leute. Leute, wir müssen jetzt endlich zur Sache kommen. Wir brauchen aber noch ein Schwert. Ivor? I'm sorry. I'm sorry. About everything. Yes, well. It doesn't matter now. Grab some ingredients and craft a weapon. I'll show you how to enchant it. Sweet. Nice. Let's see what Ivor's got in here. Let's see. Let's see. Let's see. Let's see. There's a bunch of crafting stuff and... Diamonds. Okay. Amboss. Erstmal verwenden wir jetzt hier. So, I can craft whatever I want, huh? Anything at all. Perfekt. Dann nehmen wir einen Stick. Zack. Zwei Sch... Okay. Warte mal. Kann ich hier auch was anderes craften? Recipes? Axe. Ich könnte eine Diamantschaufel und ein Schwert machen. Warte mal. Ich craft jetzt erstmal das ganz normale Schwert. Warte mal, ich möchte noch... Ah, das klappt nicht. Schade eigentlich. Weil da hätten wir zwei Waffen. Aber wir könnten ja nur eine richtig verzaubern. Let's see what this enchanting book is made of. Zauberbuch. Diamantschwert. Behold! My enchanted diamond sword! Yes. That should do the job nicely. But if you're fighting those with the monsters head on. You'll want better armor too. I enchanted these for the order. They're about as strong as it comes. Even able to withstand TNT. Any preference? I have eight different sets to choose from. And believe me they're all excellent. Ich vertraue Ivor. Und wir wissen nicht, wie stark oder schwach ein Magnus seine ist. You won't go wrong, whatever you choose. Alright, let me take a look at him. Gucken, Rüstung. It's all quite durable. And sturdy. Die sieht ganz cool aus, weil die passt zu unserem Diamantschwert. They won't stop damage. Alright, this is the set. Yes, a fine choice. Now go ahead and put it on. Oh. Nice. Das sieht echt cool aus. Ready for action. You can take some for your friends as well. Sounds good to me. Wow. Cool armor, Jesse. Thanks. And there's plenty to go around. Now let's get back to Soren's fortress and see how the Witherstorms are doing against those Endermen. Oh Leute, jetzt gibt's die Action. Wow. Shouldn't the Endermen have dismantled those things already? Or am I just confused? It's not just you. Something's wrong. Jesse, over here. Axel. There is a... Axel! You guys made it. Nice freaking armor, by the way. Makes you all a lot easier to look at. Good to see you too, Axel. Do you still have the amulet? Safe and sound. That's not the problem. Then what is? The Endermen. They're not angry enough. I mean, some of them are, but a lot of them are just standing around moving blocks. You know, being Enderman. Well, it's nothing we can't handle, right? I'm not so sure about that. Now is not the time for cold feet, Soren. So what's the plan? I mean, I know we gotta go in there, but we just go for it or what? We need to find a way for me to use this. Whoa, that is, without question, the coolest thing I have ever ever seen. Oh, me too! Nice, Jesse! Petra, you saw that back at the Far Lands. It's still cool. Oh, and I brought you some armor, Axel. Here. Nice! I was feeling a little left out. Guys, let's go kick some command block butt. Does anyone see the command block? I don't think it's exposed! We need to get more Enderman focus on the winter storm. How do you make Enderman focus? I can't even make myself focus. We shouldn't be here. None of this is going according to plan. Soren? What are you doing? I, uh, you know, I've, I've really enjoyed meeting you with us. Soren! 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 Soren, come back here! Dude, what a chicken! Jesse, you can handle things out here, right? What? I can't let him get himself killed! Just get to the command block and destroy it! Soren! So much for the mighty order of the stone. It doesn't matter. We have work to do. Let's come the order of the pick! Need to get those Enderman to attack it! The tractor beam! Jesse, that's it! Make them chase you into the tractor beam! Ah, and then, look at him, look at him, or what? Oh! What time you went? Oh! How do you like that, you purple-eyed freak? Oh! What time you're trying to get? Yeah! We gotta get it, you too! We gotta get it! Come on! We gotta get it! We gotta do it! Ye, they're falling for it! Ich wusste gar nicht, dass die so allergisch auf Schneebälle reagieren. Ich bin schon schneller, als ich sehe. Man, der U-Bin hat doch gar keine Rüstung an. Voll gemein. Wie dauert das denn noch? Oh Gott. Oh Gott, was bauen wir? Wir bauen eine Flugmaschine. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Nein. Komm, schnapp sie dir. Oh Gott. Oh Gott. Oh nein, wie dass er jetzt gesnackt wird. Oh, schneller Leute. Wie schnell ist das? Quick, climb on. Jesse, du kannst das. Ich weiß, dass du kannst. So do ich. Wir alle tun. Danke, Leute. Das bedeutet viel. Now, go demolish that command block. Ruben, das ist kein Ort für ein... Weg! Als ob. Ruben, you shouldn't have surprised me like that. On the other hand, I'm kind of glad not to be alone right here. Just stay close, okay? Wow, I recognize these people. Hey, bleib stehen! Kleiner Schlawine da vorne. Sieht richtig creepy aus. Der Putzschlag. Hey, 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 hey. Was dreht sich das Ding denn die ganze Zeit? Der Befehlsblock. Wow. There it is. We'll meet again, command block. Now it's time to destroy you. What the... Whoa. Oh. I'm not a little here. Ruben, I think we made it angry. Oh, great. Ruben, whatever happens, you have to destroy that command block. You understand? Whoa. Why didn't I always carry an enchanted weapon? I'm coming, Ruben. He's doing everything he can to protect the command block, which means I have to do everything I can to destroy it. Awesome weapon. Don't fail me now. Nein! Ein Fehler. Alter. Ich hab aber Q gedrückt. Sowas von. Whoa. I have to do everything I can to destroy it. Awesome weapon. Don't fail me now. Zuschlagen. Das Ding ist fast kaputt. Komm, steh auf, Jesse. 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 Mit dem Boden? Naja, aber es bringt nichts. Okay, new plan. Climb up there and use one of those tentacles to swing toward the command block. Stay here, Ruben. I mean it this time. Diese kleine Schlawine. Hop, hop, hop. Drücke W, um hochzuklettern. Mach ich doch. Das war nicht unbedingt klettern. Oh, jetzt sind wir wieder unten. Komm schon, das Ding muss ich mal wieder drehen. Woher hat das geschaut? Ruben, dachte ich, ich sagte, du wirst aufhör. Das war nicht. Das war nicht. Das war nicht. Halt dich versteckt, komm. Ich will nicht, dass du dich befestigst in dir. Ich weiß, dass du mir nicht versteckst. Warum muss ich nach unten schauen? ein schlag noch nein ein no 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 Ruben I need your help remember how we used to play fetch oh that's it that's it come on Ruben I believe in you no 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 how krass he is you did it I knew I can count on you he didn't fall time to put an end of this thing once and for nein 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 we must keep him fang Ruben! Nein! Stopp! Oh Gott! Wo ist Ruben? Oh Petra, ich bin sehr glücklich mit dir. Hey, hey, haben Sie gehört etwas? Ruben? Ruben! Nein. Oh Mann, kleine Schlawina. Oh nein. Du bist ein Held. Ach Mann, ist alles in Ordnung? Komm, steh auf, steh auf, steh auf. Nein. Das kann nicht wahr sein. Jesse, ich bin... Ich bin sehr sorry. Er war ein großartiger Pigg. Ich bin sehr glücklich. Das kann doch nicht wahr sein. Jeder hätte sterben. Doch nicht der kleine Ruben. Ich bin sehr glücklich. Es ist ziemlich glücklich. Ich bin sehr glücklich, jemanden. Ich bin so ein 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 Vielleicht haben sie die Wahrheit über der Ordnung All die Lüge Nein, nein, nein. Lasst ihn in den Raum. Nicht sagen sie, Gabriel. Lasst sie ihre Legendas. Wir haben alle eine große Schuld an Jesse und seine Freunde. Aber ich auch eine Schuld an Sie Menschen. Das ist weshalb... Es gibt etwas, was ich euch erzähle. Über die Ordnung. Wir haben die Ender-Dragons verabschiedet. Aber das ist nichts zu verabschieden, was diese Heroin gemacht haben. Sie haben eine Widerstolle genommen. Sie sind eine neue Generation von Heroin. Ich hatte meine Freunde. Ich hatte meine Freunde. Ich hatte meine Freunde mit mir. Es war Olivia, Axel, Petra, Lukas... ... und Druben. Was sind Druben? Sie haben sie nie verabschieden. Auf der Welt oder auf mich. Vielleicht einmal oder zweitens. Wenn sie nur wussten... Es ist verrückt, dass meine Freunde und ich angefangen haben, in eine Triehaus. Und jetzt sind wir in ein paar von den weirdesten Bereichen in der Welt. In Fernlanden. Ich meine, komm mal. Wir sind in die Far Lands. Es war diese gigantische Wallen. Eine große Maze. Und eine Modelle der Ender-Dragons. Das... Du musst einfach da sein. Aber wenn alles gesagt und getan hat, du kennst, was wirklich wichtig war? Reuben. Mein hero. Reuben, die Pig. Er war einfach nur ein Pig. Aber er war so viel mehr. Und am Ende der Tag, er hat uns alle. Für Reuben! Jesse, diese Nether Star ist alles, was erlte, als die Witherstorm wurde zerstört. Würdest du, bitte, machen Sie die honors? Das wird so cool sein. Ich würde gerne Ivo das machen lassen. Noch mal kurz. Ähm, ich wollte denen halt... Die... Die ganzen Leute nicht aus ihrer... Ja, ihre Legende sterben lassen. Deswegen habe ich gesagt, dass... Ähm... Mann ey... Die Guben! Verdammt, der kleine Flavina, ey. Ey... 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 Wow! Meine Freunde... Ich bin jetzt glücklich, dass Sie... Die neue Order of the Stone! Sie sind der Orden des Schweins! Nicht Order of the Stone! Das Abenteuer des Neuen Ordens des Steins werden in Minecraft-Store Mode Episode 5 erzählt. Stimmt, die soll im... Äh... Im Januar rauskommen. Okay. Lukas überzeugt zu bleiben. Hexenhütte. Welche Waffe? Ja gut, das Diamantschwert ist natürlich klar. Hast du eine neue Rüstung ausgewählt? Yep. Zu fahren. Oh! Guck mal, da haben auch ganz viele... Weitere Sachen gemacht. Ey... Ich möchte wissen... Och man... Ich würde super gerne wissen, ob Ruben... Ob man den irgendwie retten konnte. Ob es irgendeine Möglichkeit gab, dass er nicht geopfert wird. Oder ob das Spiel einem nur die Möglichkeit bietet, dass... Äh... Ruben bzw. Edgar stirbt. Das würde mich wirklich interessieren. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich war echt traurig. Aber das ist, finde ich, auch immer... Ähm... Wenn man wirklich so in der Story drin ist, dann ist es auch nichts Verwerfliches, wenn man dann auch Emotionen fühlt und zeigt, wenn dann eben so etwas passiert. Weil der hat uns seit Episode 1 begleitet. Und das ist krass. Und sowas sollen Spiele ja auch auslösen. Wut. Oder eben auch einen zum Lachen bringen. Einen so ein bisschen traurig machen. Anspannung. Pipapo. Leute. Das war's mit dem Minecraft Story Mode Episode Nr. 4. Die 5. Kommt irgendwann im Januar raus. Sollte sie erscheinen, werde ich sie natürlich wieder spielen. Solltet ihr eine der anderen Episoden verpasst haben, ist wie immer hier das i. Und in der Videobeschreibung der Link zur Playlist. Und dann schauen wir mal. Aber vielleicht mache ich nochmal eine extra Folge, wo wir es vielleicht schaffen, Ruben zu retten. Ich weiß nicht, ob es möglich ist. Eure Meinung. Pipapo unten in die Videobeschreibung. Wenn es euch gefallen hat, lasst eine kleine Bewertung da. Und dann war's das fürs Erste mit dem Minecraft Story Mode. Wir sehen uns im Januar wieder. Haut rein. Ciao, ciao.